WDR mediagroup GmbH im Auftrag des WDR Und dann kaufen wir noch ein paar Heli-Kippe-Sachen für das Verbrünter. Das haut mich nicht auf. Aber die Richtung hat sehr schön gemacht. Aber die Krähe hätten sich sparen können. Die Krähe hätten viel zu tun. Das ist auch noch ein bisschen viel zu tun. Komm, 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 komm! Komm, 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 komm! Komm, komm, komm! Komm, komm, komm!